Das Thema des Tages und das ist es wohl unumstritten. Es geht um die Durchsuchungen, die Razzia bei Postchef zum Winkel. Am Telefon ist Ulrich Pousset, Präsident des Edikverbandes der Deutschen Wirtschaft. Guten Morgen, Herr Pousset. Guten Morgen. Ist man da irgendwie überrascht, schockiert? Was sagt man nach so einer Nachricht? Also erstens überrascht, nicht ganz, weil im Vorfeld schon immer wieder einmal über Herrn Zumwinkel öffentlich gesprochen wurde und bestimmte Verfehlungen. Aber schockiert? Ganz sicher. Nun müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Einmal müssen wir immer als Edikverband auch deutlich machen, dass solange kein Urteil gefällt worden ist, durch einen Richter auch der Mensch noch nicht zu verurteilen ist, auch öffentlich noch nicht zu verurteilen ist. Zweitens sollten die Verfehlungen, die vorgeworfen werden, im Rahmen der Steuerhinterziehung, sollten die zutreffen, was die Staatsanwaltschaft ja derzeit behauptet. Dann handelt es sich um ein ethisch-moralisches, verwerfliches Handeln. Da führt kein Weg dran vorbei. Was glauben Sie, woher kommt oder wo liegt der Ursprung für dieses, wie Sie es nennen, ethisch-moralische Handeln, das dann irgendwann aus irgendeinem Grund aussetzt und man Dinge tut? Ich kann Ihnen das nicht wirklich beantworten. Ich kann das nur vermuten. Jetzt mal unabhängig von Herrn Zumwinkeln generell. Wenn Menschen sich so benehmen, wie das hier behauptet wird, dann stecken dahinter zwei Dinge meiner Einschätzung nach. Erstens Gier und zweitens Dummheit. Ich glaube nicht, dass ein Mensch so schlau sein sollte, dass er Menschen, die sich beruflich mit schwierigen kriminellen Fällen beschäftigen, übertölpeln kann. Also da setze ich mehr auf die Justiz und auf die Klugheit der Menschen, die solche Dinge ermitteln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die einem Einzelnen in solchen Dingen haushoch überlegen sind. Eine Konsequenz hat das Ganze, Herr Posay, dass der gemeine Bürger, die gemeine Bürgerin das Vertrauen in die Redlichkeit von solchen Menschen ja wohl verliert. Das ist das Kernproblem, dass Topmanagerinnen und Manager sich durchaus im Spiegel der Gesellschaft bewegen, wenn sie sich daneben benehmen. Denn wir sind alle Produkte dieser Gesellschaft und da gibt es einen bestimmten Prozentsatz, der sich daneben benimmt. Das ist sicher richtig. Aber auf der anderen Seite haben gerade unsere Topmanagerinnen und Methodmanager, unsere Unternehmensführer eine Vorbildfunktion. Und die muss redlich wahrgenommen. Sicher bewegen sich die solche Fälle im Promillebereich. Das Gros der Unternehmerinnen und Unternehmer und der Managerinnen und Manager benimmt sich durchaus redlich und einwandfrei. Aber sobald jemand im Licht der Öffentlichkeit steht und sehr populär und bekannt ist und sich dann daneben benimmt, dann trifft es natürlich die gesamte Kaste. Das ist das Tragische und Schreckliche daran. Ulrich Posse, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.